Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer Runde H1Z1 und dürfen wir das auch durchsuchen. Okay, ein bisschen laggy ist es. Ist das da hinten? Komm schon. Benutze es. Okay, ein Zombie. Wir hatten ja irgendwo letztens einen Ofen vorgestern gefunden. War das hier im Haus? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnte auch ein anderer gewesen sein. Ich weiß, dass wir hier reingeflüchtet sind, weil ich den Verdacht hatte, dass ich nicht Stimmen, sondern Schritte gehört hatte. Gut, dann gucken wir Zeit mal. Vielleicht finden wir ja den Ofen wieder. Das wäre nicht schlecht. Dann müssen wir uns ja nur noch diese Metallbarren machen. Was ist laut hier draußen? Ähm, und dann könnten wir uns ähm, einen Shelter bauen. Und dann drin unsere Sachen endlich mal ablegen. Die wertvollen. Dass es dann egal ist, wenn wir sterben. Dann müssen wir nur noch wieder hier hinfinden. Und alles ist in Ordnung. Oh man, hier ist ja echt nichts drin. Shit. Wo ist jemand? Ich hätte mich ungern drauf ankommen lassen, mit denen zu kämpfen. Oh, Freunde, wir gehen hier vorn aufs Dach. Gucken wir mal gerade. Mein Gast. Oder war das hier vorne im Haus, der Ofen? Jetzt kommt es nicht mehr da rüber. Jetzt kommt es nicht mehr da rüber. Egal, geht weit außen rum. So, ob man auf dem Platz ist da irgendwo wer. Okay, gut. Dann geht ein Zombie einfach lang. Gucken hier, das ist eh zu. Da brauchen wir nichts mehr zu schließen, hier ist noch eine Tür. Ach ja, das Ding hat ja zigtausend Türen. Oh nee, da sind nur Jeans drinnen. Können wir allgemein hier nach ein paar Sachen suchen. Was zu futtern brauchen wir eher nicht, davon haben wir ja so viel. Darf ich nicht durchsuchen? Jetzt, gut. Aber, ähm, was zu trinken ist immer gut. Wenn wir jetzt nicht den Mega-Durst haben, aber man kennt's ja. Wenn man dann Durst hat, dann... Jups, hat man nichts zu trinken in der Nähe. So, dann gehen wir mal nach oben. Gucken wir mal, ob wir den Ofen wiederfinden. Was denn das Teil, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt müssen wir uns gleich einen selber machen. Das machen wir hinten im Wald, wo wir eh bauen wollten. So, dann gucken wir mal nach. Wir haben gerade noch einen Schrank, da ist nichts. In der Kommode ist auch nichts. Na gut, also, war glaube ich noch nie was drin in dem kleinen Raum. Mensch, dann war das hier auch nicht, der Ofen. Ist doch nicht wahr. Ich will ganz schön, aber hier ist Marc. Er hat sich schwer in der Trefform errichtet. Oder ist ein Open-Reihe, da ist ein Open-Reihe. Was ist denn die mit... Ähm, Holz anmachen? Aber wie? Ja, droppen bringt gar nichts. Ach, wartet mal. Hier links, da ist jetzt. Jetzt können wir doch einfach das nehmen. Wie? Zum? Wie sollen wir das jetzt anmachen können? Hä? So ganz raffe ich das noch nicht. Hm, haben wir sonst noch irgendwas? Hier haben wir doch. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich, ich raffe's nicht. Na, pack' mal alles da rein. Wenn wir jetzt hier auf den... Teilbar... Ich... Das geht nicht. Ist doch nicht wahr. Wieso haut das nicht hin? Oder muss das unser eigener Ofen sein? Ich find hier schon ein bisschen komisch. Egal, bauen wir uns nicht ein. Ist ja jetzt auch nicht die Welt, das gerade noch fertig zu machen. Gucken wir mal rein. So. Das könnte sich auch sein, brauche ich eventuell Feuerzeugung, um das einfach anzumachen. Das testen wir nachher. So, wir haben noch grad ein bisschen rumgeschnüffeln. Na, komm schon. Macher nicht. Hier schon eher. Aber ist nichts mehr drin. Kommt noch gerade rein und hier. Dann gehen wir in den Wald. Und bauen uns dann einen schönen Ofen. Ne, nehm ich auch nicht mit. Das ist ja letztes Mal mit vergiftet. So, wir kommen gerade noch ins Auto. Okay, äh, mal gerade gucken. Wo war denn das? Das war da vorne, oder nicht? Wo wir unsere... Base einrichten wollten. Da ist schon eine ordentliche Festung. Können wir ja mal vorsichtig reingucken. Oh, das ist schon ordentlich groß. Und da ist der Vorteil, wenn wir uns näher haben, das spielt. Ich glaube, es ist viel einfacher, sich nur eine schöne Base anzumachen zu richten. Na, gehen wir mal da oben. Da steht, glaube ich, schon eine Hütte. Wer ist uns dazu zurückgegangen zuvor gekommen? Neu. Okay, ist auch natürlich wieder zu. Nimm mal 1, 2, 3, 4. Ne, anscheinend nicht. Ja, dann gehen wir halt hier noch ein bisschen weiter lang. Jetzt sind wir auch näher an der großen Stadt dran. Wir müssen gucken, dass es so ein bisschen geschützt ist. Einfach rennen den Hase weg. Aber hier vorne ist doch auch nicht schlecht. Hier können wir was hinmachen. So, fangen gerade mal an mit dem Ofen. Wo haben wir jetzt den Ofen? Ziehen wir nach da. So. Jetzt habe ich ja hier Kohle. Wurde. Hier schon direkt ausfinkern kann ich nicht. Ganz raffen tue ich die Funktion vom Ofen. Noch nicht. Wir tun das jetzt einfach mal da rein. So. Jetzt haben wir hier irgendwas Feuerzeug. Ah, okay. Hat das wirklich dazu gebraucht? Oh, da müssen wir jetzt hier das Crap mit einfach rein tun mit. Was man jetzt hier sagen kann. Hey, jetzt. Auch nicht. Ich raffe das nicht. Doch, da. Ach, so, okay. Gut, ist nicht ganz eindeutig gemacht, leider. Boah, das klingt die ganze Zeit da am Feuer so, als würde jemand hinrennen. Schrecklich. Da ziehen wir das raus und dann nehmen wir das raus. Dann bauen wir uns jetzt unser Shelter. Dafür brauchen wir, ich glaube, eines vier Wood. Und vier Wood Planks. Weil ich die habe, da unten. Ziehen wir rein. Wir brauchen Nägel. Eigentlich mehr als vier. Neun Nägel rein, ist mir auch egal. Wir brauchen die Metallwaren. Ach so, ne. Einen kleinen Fehler habe ich noch gemacht. Die müssen wir da reinziehen. So, genau. Jetzt kann man nämlich das machen. Und davon brauchen wir... Ich glaube, eins. Mensch, halt da. Dann brauchen wir sogar zwei. Jetzt haben wir ein. Das heißt, wir müssen noch mehr Metall einschmelzen. Nein, jetzt fehlt uns ein bisschen Metall. Ein bisschen Scrap Metal fehlt uns. Nicht viel. Gar nicht viel. Schade. Schade, schade, schade. Bräuchten wir jetzt wiederum nicht. Hätten wir vorher rausgefunden. Oh shit. Was ist das hier? Dieses Auswehren der Waffen ist so... ...hitzend. Hä? Ist er weg, oder was? Okay. Gut, warum nicht? Kommen wir noch... ...einen schiedenen Wolf. Ich futter noch mal ein bisschen was. Rennen wir schnell rüber. Wollen uns noch mal zwei Scrap Metal. Oder auch noch mehr. Je nachdem. Was wir finden. Und dann... Oh shit. Ob die feindlich gesehen sind. Ich warne euch. Shit, warum habe ich jetzt meine... ...es packt gerade mega rum mit den Waffen. Ich kann nicht wegrennen. Nein. Ich drehe hier gleich ab. Ich drehe hier gleich ab. Diese Scheißwaffe. Was war das denn? Das hat ja so mega rumgebackt. Ey. Dieses Spiel. Dieses verfluchte Spiel. Oh, ich drehe gleich durch. Jetzt sind wir hier wieder am Arsch der Welt. Das ist doch der größte Müll. Boah. Es ließ sich nicht vernünftig damit schießen. Das ist sowas von Träger... Ey. Ich könnte gerade so durchdrehen. Ich könnte gerade so ausrasten. So ein Müll. Das ärgert mich gerade so stark. Oh, Mann. Schon wieder gestorben. Ich drehe bald durch. Oh. Ja, gut. Dann fangen wir jetzt halt wieder bei Null an. Warum auch nicht? Hatten die auch überhaupt nicht viele Sachen. Überhaupt nicht. Shit. Na ja. Jetzt müssen wir jetzt durch die großen Städte laufen. Ohne, dass wir uns nicht durchdrehen müssen. Wieder mit Co. Drinnen. Kacke. Ja, gut. Wenn es euch trotzdem gefallen hat. Daumen nach oben. Nicht vergessen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis morgen. Beziehungsweise bis übermorgen zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.